Sehr geehrte Damen und Herren, die Schreckensmeldungen der Medien zu Ebola reißen nicht ab. In Nigeria sollen sogar Ärzte und medizinisches Personal aus Panik vor einer Ansteckung mit Ebola aus einem Krankenhaus geflohen sein. Aufgrund dieser Medienmeldung setzen wir unsere Berichterstattung zu Ebola fort. Wir begrüßen sie zu unserem Medienkommentar. Ebola soll eine weltweite Epidemie ausgerufen werden? Wir erinnern zunächst nochmals kurz an die Schweinegrippe und folgende bekannt gewordene Tatsachen. Um die Schweinegrippe im Mai 2009 zur Pandemie erklären zu können, änderte die WHO eigens ihre Definition der Pandemie Stufe 6. Das Pandemie-Kriterium, es müsse eine hohe Sterblichkeit auftreten, wurde seinerzeit kurzerhand gestrichen. Ebenfalls interessant ist, dass der US-amerikanische Pharmahersteller Baxter schon ein Jahr bevor der erste Fall des Schweinegrippe-Virus H1N1 überhaupt aufgetreten war, sich das Patent für einen H1N1-Impfstoff gesichert hatte. Die aktuellen Vorgehensweisen der Weltgesundheitsbehörden bei der vermeintlichen Ebola-Epidemie und der Schweinegrippe sind nahezu identisch. Einen Tag bevor die WHO die Pandemie-Stufe für Ebola ausrief, so recherchierte der renommierte Impfexperte Hans Tölzin, änderte die Zeuchenschutzbehörde der USA, die CDC, ihre Falldefinition für Ebola. Das heißt, bei einem positiven Ebola-Test müssen Malaria und andere Erkrankungen als mögliche Ursache nicht mehr ausgeschlossen werden. Und weiterhin, wie von uns bereits am 16.08.2014 berichtet, besitzt die USA bereits seit geraumer Zeit ein Patent auf einen Ebola-Stamm und sicherte sich die alleinigen Rechte für die Herstellung eines Impfstoffes gegen Ebola. Was bedeutet nun die Änderung der Falldefinition von Ebola ganz praktisch für Afrika und die ganze Welt? Ganz allgemein wird eine Erkrankung in der Medizin zunächst in Form von Symptomen beschrieben. Diese sind bei Ebola, Fieber, Gliederschmerzen und Durchfall. Es ist nun aber eine medizinische Tatsache, dass zum Beispiel eine Malaria-Erkrankung, das Trinken von schmutzigem Wasser, das Essen von verdorbenen Dingen sowie Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel oder auch Impfungen zu genau den gleichen Symptomen führen können, wie sie einer Ebola-Erkrankung zugeschrieben werden. Aufgrund der Änderungen durch die CDC reicht nun aber ein positiver Labortest auf Ebola völlig aus, um Patienten als ausschließlich Ebola erkrankt zu definieren und sie auch ausschließlich mit Ebola-Medikamenten zu behandeln. Aufgrund der obendrein sehr unspezifischen Testmethode für Ebola kommt es auch noch dazu, dass nachweislich völlig gesunde Testpersonen ein positives Ergebnis beim Ebola-Test erzeugen können. Sehr geehrte Damen und Herren, wird sich die von der CDC festgelegte neue Definition von Ebola durchsetzen, können die Zahlen für vermeintliche Ebola-Erkrankungen in naher Zukunft plötzlich in die Höhe schnellen. Nicht nur in Westafrika, sondern auch weltweit. Nur aufgrund eines vermeintlich positiven Labortests. Es lohnt sich, die Entwicklung der angeblichen Ebola-Pandemie weiterhin zu beobachten und die Meldungen der Mainstream-Medien zu hinterfragen. Guten Abend.